Die Hände und Klauch sind heute nicht zuhause Umgehend schon wieder auf, rockemügelnden Haus Die Hände und Klauch sind heute nicht zuhause Ich mag gern Spätzle und ich mag gern Brezle Wo ist Kontra, wo ist Kunst, Hip-Hop schnitzt das Messer stumms Hab ich noch nie gehört, ich weiß wer gern Auto fährt Der Fahrzeughalter angeklagt, den Kopf zu tief im Sumpf gepaart Dazu gibt's noch mal ein Gebühr, die Welt leidet an Krebsgeschwür Ihr habt's noch nicht rausgefunden, ihr da oben seid bald unten Ansichtssache oder nicht, Kopfstand ist scheiße auf dem Gesicht Die Regierung ist ein großer Witz, der nicht witzig ist wie ein Blitz Der deine Mutter beim Triff, Teddy sagt sie ins Gesicht Ja, also das mit der Live-Performance, das war ja schon cool Bissle bin ich auch schon so, ich weiß nicht, ein bisschen leicht erregt Aber auch so ein bisschen ungewissen, was heute Abend passiert bei der Bad Taste Party Ja, Bad Taste Party war ich eigentlich noch nie Du? Ich auch nicht Wie sieht's jetzt aus, können wir jetzt unsere Sache aufbauen? Jetzt auch noch aufbauen? Na bitte, kommt Aber wenn ihr hier ein Konzert machen wollt, dann ist das schon um 6 Uhr und dann aufbauen Da kommt jemand in eurem Sound ab jetzt, wird sich einfach mal die Pause unterbringen für euren Soundcheck Ja, ich glaub, ich kann schnell aufbauen Boah, also dieser Veranstalter, hey, ist ja echt eine harte Nuss, ne? Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass er mich spielen hat lassen, ne? Weil ich steh ja schon auf dem Flyer drauf und was hätte ich denn gemacht, wenn der uns die Spiele hätte lassen? Kennen wir alle schon? Du, das kennen wir alle schon Das kennen wir alle schon Das kennen wir alle schon 80er-Jahreszeit, kennen wir alle schon Kennen wir alle schon? Kennen wir alle schon Popper mit dem Sky, kennen wir alle schon Kennen wir alle schon? Kennen wir alle schon Rafer im Matsch, kennen wir alle schon Punker machen Quatsch, kennen wir alle schon Klaus, mach doch dicke Hose, kennen wir alle schon Dreadlocks, Skinny aus der Mode, kennen wir alle schon Halle bis, kennen wir alle schon Also das ist ja jetzt mal wieder typisch, oder? So eine richtige Klaus-Party Baby, thank you, Klaus, sind heute nicht zuhause Umgehen schon wieder auf, rocken wie in den Haust Yeah Tübingen, Einwohner 87.000 Nachdem das Wackt-Festival kurzerhand abgesagt wurde Und sie jetzt nicht wissen, wo sie auftreten sollen Kochen sich die beiden erstmal etwas Hey Teddy, hast du die Nudeln schon reingetan? Ja, aber warum dauert denn das so lange? Also mit dem Gaskochen, das hat schon eine Weile gedauert, muss ich sagen Also ich glaube, das waren jetzt zwei Stunden, bis die Nudeln Ja, ja, das ist schon kreuz mit so einem Gaskocher Und jetzt wollen wir uns das nicht nehmen lassen, in Tübingen aufzutreten Und jetzt haben wir halt keine Bühne und nichts ist angemeldet Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir es halt unangemeldet mit dem Einkaufswagen Und sagen unseren Kumpels Bescheid und tanzen, bis der Arzt kommt Schönen guten Tag Schönen guten Tag ... ... ... ... ... ... Okay, jetzt gehen wir weiter. Ist das die Ingentour oder was? Das ist die Ingentour. Ja, was wollen denn das? Ohne mich? Das ist die Ingentour.